Ein herrlicher kleiner Steinbruch. Aufgefahren und heute endlich mal auf der Kamera drauf. Na, habe ich wohl ein neues Hardtail? Nein, das Hardtail hat nur eine neue Optik bekommen. Erstmal einrollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es ist ein sehr schöner Abhill hier in der Gegend und der Downhill ist zu beiden Seiten auch gut. So, oben angekommen. Allerdings von der Abhillseite ist er einfach nur schnell zu fahren und die andere Seite ist dann schon eher etwas tricky. So, auf geht's. Wer nicht kämpfen will in dieser Welt des ewigen Ringens, der ist des Lebens nicht wert. Hier wird es ein bisschen tricky, eng und unten ist ein Baum umgekippt, da muss man jetzt und dann links um die Wurzel herum. Schön das Gewicht nach hinten, Arme nach außen. Ich frage, wie ich jetzt habe ich gemacht habe. Ich weiß. Ich frage, wie ich mir aus der Grunde genommen habe. Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich würde mal sagen, gecheckt, gefahren, gerockt. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Bis dahin, euer Hartwilz hier klein. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Ich hoffe euch hat Spaß gemacht!